Warte nach Pfingsten, ordne dein Leben. In Apostelgeschichte 1 lesen wir davon, dass ja einer von den Jüngern nicht mehr dabei war. Judas, der Jesus verraten hatte, hatte sich das Leben genommen. Und nun war die Überlegung, wie geht das weiter? Und ich lese uns von Vers 21 im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Das muss einer der Männer sein, die mit Jesus gelebt hat, zusammen gewesen war, bei ihm und mit ihm die ganze Zeit. So beschreibt Petrus das erste Kriterium. Einer, der von Anfang an dabei war, von der Taufe bei Johannes bis zur Aufnahme in den Himmel. Und er muss ein Zeuge sein. Und so stellten sie dann zwei Männer auf zur Wahl. Es waren Josef und auch Barabbas, mit dem Beinamen Justus genannt wurde und Matthias. Und dann beteten sie, Herr du, der du die Herzen aller Menschen kennst, zeige uns, welchen von beiden du ausgewählt hast, diesen apostolischen Dienst zu übernehmen. Judas hat ihn verlassen, um dahin zu gehen, wohin er gehört. Dann ließ man das Los über sie entscheiden. Es fiel auf Matthias, der nur als Zwölfter zu den Aposteln gezählt worden war. Das ist so die erste Nachwahl in der Geschichte der Gemeinde. Keine Kampfabstimmung zwischen den beiden oder irgendwelchen Kräften. Und es geht auch nicht so, dass Petrus einfach sagt, der ist es, so kein Diktat von dem, der als Leiter ja vorgesehen war, sondern hier wird ganz klar und deutlich Ordnung hergestellt. Der Heilige Geist möchte auch Strukturen schaffen. Und er möchte, dass wir auch unser Leben geordnet leben. Die Gemeinde stellt die Ordnung wieder her. Und gewählt wird Matthias. Von Matthias wissen wir gar nicht so viel. Da findest du in der Bibel dann nichts mehr. Die Kirchenlegende berichtet noch einiges. Er soll bis nach Äthiopien hineingewirkt haben und soll dort im Jahre 63 als Märtyrer verstorben sein. Er galt als ein sehr bescheidener Apostel, der aber einen hohen Wirkungsgrad hatte. Wir als Gemeinde haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel an Veränderungen erlebt. Wir sind als Gemeinde Wege gegangen, die uns als Institution nicht mehr so stark geprägt haben, sondern eher, wir sind zu einer Bewegung geworden. Institutionalisierte Gemeinde, das ist nicht mehr unser Ding. Jetzt aber haben wir eine andere Gefahr, nämlich, dass wir eine individualistisch geprägte Gemeinde sind. Der Einzelne meint, dass seine Meinung alles entscheidend ist und dass man doch das beachten müsste. Und das löst natürlich auch Spannungen aus. Hier in der ersten Gemeinde erleben wir, wie Strukturen, Ordnungen ganz klar gelebt werden, aber nicht das geistliche Leben verhindern, sondern befördern. Und ich glaube, das ist für uns auch ein Gedanke, den wir immer wieder bedenken müssen. Unser Text weist uns klar hin darauf, dass wir im Team unterwegs sind, also keine Einzelkämpfer. Das ist nur die Ausnahmesituation im Neuen Testament. Er sandte sie auch immer zu zweit. Damit ist Hilfe und Korrektur möglich. Damit wird Jüngerschaft gelebt. Der Text weist uns klar darauf hin, dass dieses Einzelsein, dieses Ich, Mir, Meiner, Mich, keinen neutestamentlichen Grund und Basis hat. Das Bau des Reiches Gottes steht in einem kollektiven Dienst. Der Heilige Geist will auf die Gemeinde sich ausgießen und nicht auf den einzelnen großen Mann oder die einzelne große Frau. Es darf in der Gemeinde nicht darum gehen, was Menschen wollen, egal ob das Leiter, Pastoren, Älteste sind oder auch nur das gläubige Volk. An dieser Stelle ist es eine geistliche Geschwisterschaft, die hier die Entscheidung trifft. Das ist mehr als Demokratie. Und Gott will doch jeden gebrauchen. Ob er nun Apostel ist, ob er Türsteher ist, ob er Helfer ist oder ob er einfach einen Dienst tut, der nötig ist. Es gibt so viel Wichtiges. Ordne dein Leben. Lass Ordnung zu. Gestatte es, dass Ordnung möglich ist. Gib vielleicht Verborgenes, was du versteckt hast, Gestohlenes zurück. Bitte um Versöhnung und Vergebung. Leiste wieder Gutmachung, wo es geht. Der Geist Gottes will wirken gemäß des Wortes in den Ordnungen seines Wortes. Und er freut sich, wenn du ihm eine Landebahn bereitest, indem du ein geordnetes Leben ihm gibst. Oder es kann auch ein anderes Bild sein. Öffne die Türen deines Lebens, dass er einziehen kann. Und meine nicht, dass er durch die Ritzen deines zugemauerten und versperrten Lebens kommen muss. Warten auf Pfingsten im Ordnen des Lebens. Eine wichtige Voraussetzung, um dem Heiligen Geist Platz zu machen. Amen. 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 Vielen Dank.